Ich lerne Deutsch. Nummer 10190 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Schätze die Zeit, die du mit deiner Familie verbringst. Schätze die Zeit, die du mit deiner Familie verbringst. Schätze die Zeit, die du mit deiner Familie verbringst. Es sind oft die wichtigsten Menschen in deinem Leben. Ich schmücke mich gerne außergewöhnlich, um meinem Freund zu gefallen. Ich schmücke mich gerne außergewöhnlich, um meinem Freund zu gefallen. Ich schmücke mich gerne außergewöhnlich, um meinem Freund zu gefallen. Die Kunst des Glücklichseins besteht darin, das Gute im Leben zu schätzen. Die Kunst des Glücklichseins besteht darin, das Gute im Leben zu schätzen. Die Kunst des Glücklichseins besteht darin, das Gute im Leben zu schätzen. Bei mir bist du richtig, wenn es um Massage, Wellness, Entspannung und alternative Therapien geht. Die Qualität der Ausbildung ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Die Qualität der Ausbildung ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Im Winter tragen unsere Pferde Decken, um sich warm zu halten. Im Winter tragen unsere Pferde Decken, um sich warm zu halten. Zwei Kinder in Badezeug spielen an einem heißen sonnigen Sommertag an einem Fluss in der Nähe des Wassers. Zwei Kinder in Badezeug spielen an einem heißen sonnigen Sommertag an einem Fluss in der Nähe des Wassers. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Zwei Kinder in Badezeugen Zwei Kinder in Badezeugen Zwei Kinder in Badezeugen